Dies ist ein weiteres Video unserer kleinen Vorbereitungsserie für unser Fastenretreat, was wir im November machen, vom 11. bis zum 18. Und worum geht es heute in dem Video, Tobias? Heute geht es darum, wann der Fastenretreat im November das Richtige für dich ist. Also es ist so, bei dem Fasten, was wir machen, das ist jetzt nicht so ein klassisches, konventionelles Fasten, sondern es ist wirklich so, dass wir auch möchten, dass du dann deine Ernährung dauerhaft umstellst, dass du auch wirklich bereit dazu bist, was zu ändern. Und bei unserem Fasten geht es halt nicht darum, mal kurz den Körper zu entgiften irgendwie, zu sagen, hey, jetzt habe ich irgendwie 50 Jahre Fleisch gegessen, jetzt möchte ich mal kurz ein bisschen reinigen und danach esse ich genauso wie vorher. Also bei uns geht es darum, auch wirklich dann dauerhaft was zu ändern und ja, seine Lebensweise zu ändern und dann wirklich gesünder weiterzuleben als vorher. Weil das Fasten einem halt wirklich immer einen schönen Startschuss gibt, seine Ernährung danach zu ändern und den Körper dann weiterhin zu reinigen. Also ich oder wir sehen das nicht als einmalige Gelegenheit, ja mal kurz aufzuhören, Müll in sich reinzustopfen und danach damit weiterzumachen, sondern genau, wir sehen das als dauerhaften Prozess und wollen euch dann auch währenddessen mitgeben, wie man das weiter in sein Leben integrieren kann und wie man weiterhin den Körper dabei reinigen kann. Genau, also wir werden euch da dann auch viel Input geben, was dann die weitere Lebensweise, Ernährung angeht und diesen Entgiftungsweg, Reinigungsprozess, genau. Ja, und das alles zusammen in der Gruppe und alle Anmeldeinformationen findest du unten in der Infobox. Die Anmeldung läuft jetzt schon, also du kannst dir schon einen Platz reservieren, gerade wenn du das erste Mal fastest, ist es wirklich sehr empfehlenswert, in der Gruppe das zu machen und im Austausch zu sein mit Erfahrenen, die halt schon mehr Fassenerfahrung haben. Genau, das war's. Ja. Und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschau. Tschüss. Tschüss.